hallo und herzlich willkommen bei retro gamble ich bin heute auf die jahr nach dem ticket und heute habe ich das spiel rush royale tower defense viel spaß so und da sind wir wieder irgendwie hatte mal wieder nicht mein alten account gefunden leiter da stand zwar wollen sie als stefan weiter fortfahren müssen wir machen besser ist es wollen sie als stefan weiter fortfahren weil ich sagte ja will ich und dann kam das dabei raus tutorial wird durchspielen langweilig schon tausend mal gespielt naja tausend mal nicht da kommt so ein blauer raus auf hoher lustig das Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kann ich hier nochmal meinen Account aufrufen? So windig heute, ei, ei, ei Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Karten, Job, Kampf, nicht verfügbar, Events Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So Leute, weiter geht's Ich hatte grad schon mal weiter aufgenommen, ja aber dann hat OBS gesagt von mir, nee ich will nicht und es hat den Computer zum Abstützen gebracht Mist Jetzt will ich nochmal kurz ein, zwei Runde spielen damit ich das Video habe aber das Ticket ist schon abgeholt also die geht's schon abgeholt das Spiel eigentlich schon gespielt wir spielen jetzt nochmal und dann hoffe ich ist alles in Kasten ansonsten weiß ich auch nicht gut, wir sind hier Quest habe ich zwar abgeschlossen was habe ich hier noch naja gut dann hauen wir mal rein mit Nummer 1 egal was da kommt hier zack 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 Chaos wir machen erst einmal alles voll dann machen wir über Level Up dann machen wir wieder alles voll dann machen wir wieder Level Up und so weiter zu folgen ich hoffe die Taktik hilft und gerade bin ich bis Level 14 gekommen also bis Welle 14 also bei einem ähm nicht Duell sagen wo man eine Koop gerade empfehlen das Wort Koop bei Koop sind wir bis Level 14 gekommen und Level 15 war der letzte da sind wir gestorben ok das war schon mal ein Sieg für mich easy dann nehmen wir jetzt bei Koop rein erstmal nehmen wir uns hier Sachen ab auf die Hoffnung auf die Hoffnung dass wir irgendwas aufwerten können ich kann ein Video sehen da stand es auch gerade hier bis Welle 14 sind wir gekommen bei Koop Mission ich muss 20 machen Tagesmission ja dann probieren wir es jetzt halt nochmal ne das war ich habe die Runde die erste Koopfelle gestartet und da hatte ich schon hier 3x3 sozusagen also 9 solche Typen schon keine Ahnung keine Ahnung das weiß ich nicht naja ist ja auch egal jetzt ist eine andere Runde und wir hoffen dass wir wieder so weit oder noch sogar weiter kommen oh mein Essend Welle 4 Welle 4 Welle 4 und so das ist jetzt einmal der grüne einmal der hier einmal der und einmal der dann bauen wir jetzt mal wieder voll ASMR da 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 Vielen Dank. Okay. Noch vier Stück. Noch zwei. Nur einer. Ja. Los, noch einen. Und zack. Jetzt werden wir wieder alles zusammenfügen. Das ist glaube ich alles, oder? Der passt dann so hin? Der nicht? Der nicht? Der nicht? Der nicht? Okay. Dann werden wir jetzt den Game einmal aufleveln. Den einmal aufleveln. Den einmal aufleveln. Jetzt den einmal aufleveln. Und den einmal aufleveln. Das ist zwei Punkte. Okay. Oh, eher stärker hält sich. Fordert sich einmal hier ein mit so einem 5 weg. Voll cool. Noch nie so weit gekommen. Level 14. Mal wieder. Das werde ich auch noch schaffen bestimmt in der nächsten Runde. Die ist heavy. Die ist heavy. Die werde ich vielleicht auch nicht schaffen. Oder? Nein. Das letzte Mal bin ich einem weiter gekommen. Bei der nächsten Runde wäre es nämlich so gewesen, dass immer zwei Leute von mir versteinert werden. Dann von denen. Dann von mir. Dann von denen. Immer so alle drei Sekunden richtig übel. Okay. ok, das war jetzt das war jetzt nochmal das Spiel gewesen ich hoffe er stürzt jetzt nicht nochmal ab dann werde ich einmal das Spiel verlassen hin da drauf wo mein Ticket ist abgeholt, fertig Dankeschön für das Zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr euch dabei seid viel Spaß und auf Wiedersehen